Möchtest du gerne richtig viel Zeit mit deinen Liebsten verbringen, mit deinen Kindern, mit deiner Familie und aber trotzdem gutes Geld verdienen? Denn leider ist es ja bei uns in Deutschland ein bisschen, ja, entweder Karriere oder daheim bleiben mit den Kindern. Und ich habe hier eine geniale Lösung gefunden, um beides sozusagen zu vereinen. Ich habe mir schon während der Schwangerschaft ein gutes passives Einkommen mit Juchheim aufgebaut, um, ja, alle Zeit mit meinem Baby verbringen zu können. Mittlerweile ist die Kleine acht Wochen alt und, ja, viele Mütter müssen nach acht Wochen wieder arbeiten, weil sonst das Einkommen nicht reicht. Das ist leider ganz schön schade. Oder man macht ein, zwei Jahre Elternzeit, bekommt aber viel weniger Einkommen, als man zuvor verdient hat. Trotzdem hat man noch die gleichen Kosten, was Miete und so weiter angeht, aber, ja, zusätzlich auch noch Kosten, was das Baby angeht. Und hier möchte ich euch gerne mein geniales Business vorstellen, denn mit Juchheim kann man überall arbeiten. Es ist möglich, das Baby zu integrieren, beziehungsweise Juchheim in unseren Babyalltag zu integrieren. Es ist einfach genial und wir finden für jeden das passende Konzept. Ich zum Beispiel, wenn ich mit der Kleinen unterwegs bin, ich treffe immer und überall Menschen und natürlich kommt man ins Gespräch und schon hat man einen Kontakt. Denn wir machen ein Beziehungsgeschäft und so lerne ich immer wieder neue Leute kennen, die irgendwie in mein Business passen. Ob sie neue Teampartner werden, Kunden oder mir einfach jemand anderen empfehlen oder mich weiterempfehlen, es, ja, läuft immer. Man trifft immer Menschen und ein Geschäft mit Menschen ist auch einfach das schönste Geschäft, denn man ist ständig im Kontakt, man ist im Austausch, man bekommt direktes Feedback und es macht einfach nur Spaß. Und ja, das Geniale dabei ist, wir verdienen auch wirklich Geld. Denn es gibt viele Geschäftsmodelle, leider, wo den Menschen irgendwas versprochen wird, Aber im Endeffekt investieren sie sehr viel Zeit und bekommen so gut wie kein Geld. Und bei Juchheim ist es einfach anders. Wenn du mehr wissen willst, dann schreib mich einfach an, ruf mich an, frag mich und ich stelle dir mein geniales Geschäftsmodell vor, was du als junge Mama, als Schwangere starten kannst oder Mama mit älteren Kindern. Natürlich auch, wenn du keine Kinder hast, wenn du Kinder möchtest oder auch nicht. Wenn du vielleicht schon Rentner bist, kein Problem. Juchheim kann jeder arbeiten und Leben in seinen Alltag integrieren. Wenn du selbstständig bist, kannst auch du hier Juchheim integrieren. Wir haben geniale, einzigartige Produkte von einem Münchner Arzt entwickelt, die es sonst nirgends gibt. Und ja, ein geniales Modell, um Geld zu verdienen. Also, melde dich bei mir. Ich freue mich auf dich. Deine Ramona Deine Ramona Deine Ramona Vielen Dank.